Ja, hi! Willkommen bei Rick kocht. Ich bin Rick. Ja, wir haben ja jetzt gerade so ein kleines Problem, dass wir nicht mehr so richtig gut an Mehl und an Hefe rankommen. Und da habe ich jetzt die perfekte Lösung. Ich habe einen sauleckeren Kuchen, wo du dieses Gedöns da gar nicht brauchst. Wovon rede ich? Von einem super leckeren New York Cheesecake. Schaut euch den an. Der ist einfach super geworden. Und der schmeckt auch noch deutlich besser, als er aussieht. Der ist nämlich super cremig und zergeht einfach auf der Zunge. Und wie ich den gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Ja, was wir für unser New York Cheesecake brauchen, das ist erstmal ganz wichtig. Man muss eine Buttercakes-Pyramide bauen. Dann einen schönen großen Becher Mascarpone. Meine Stimme klingt so, weil wenn ich schon denke, wie viel Fett das Ding hat. Naja, gut. Isst man ja nicht jeden Tag. Drei Eier, dann zweimal Quark und da auch wieder der Fetthaltiger, also 50%. Dann hier so ein schöner Becher voller Zucker. Hier ein bisschen Vanillezucker. Und dann Butter. Ja, und wie ihr es schon seht, ist das ja ziemlich geil, weil du brauchst halt kein Mehl und keine Hefe. Das ist ja in der heutigen Zeit, das ist ja ein bisschen schwierig, da ranzukommen. Von daher, das ist ja überhaupt kein Problem, dass ihr den Kuchen jetzt machen könnt, weil noch haben wir das Problem nicht, dass die Leute auch Zucker hamstern. So, fangen wir jetzt direkt an und wir nehmen unsere Butter und packen die dann hier rein in unsere Schüssel und werden die dann erstmal schmelzen. In der Zwischenzeit nehmen wir uns hier unsere Gefrierbeute und packen dann unsere Butterkekse rein. Ja, ich weiß, ich habe die so schön aufgebaut, so eine schöne Pyramide gebaut und jetzt zerstöre ich die. Oh, so ist das Leben, ne? Und jetzt müssen wir die zerstören. Das kann man entweder machen, wenn man nicht vorbereitet ist mit der Hand oder wenn man vorbereitet ist, was ich jetzt auch gerade nicht bin, aber mit einem Nudelholz. Das heißt, einfach so richtig schön zerkleinern und so kleiner man das macht, umso besser ist das dann natürlich. Und deswegen werde ich mir jetzt auch mein Nudelholz holen und das richtig schön zerkleinern. So, unsere Butter ist jetzt geschmolzen und ich habe doch mal was vorbereitet, wie man sagt. Hier unsere Kuchenform und zwar habe ich dann ja einfach Backpapier reingelegt, zugemacht, hier an den Seiten abgeschnitten, sodass das einfach auf unten nicht festklebt. Und ja, Butter ist geschmolzen und wie man hier sieht, mit brachialer Gewalt habe ich hier so ein schönes Mehl erzeugt quasi. Und das nehmen wir jetzt mal ein bisschen so von der Hitze runter und werden dann einfach quasi die Butterkekse hier reinschütten. Und dann erst mal durchrühren, bis das hier alles so richtig schön verteilt hat. Boah, da kommt schon gleich einen ganz angenehmen Geruch hoch. Also rein theoretisch kann man das glaube ich auch pur essen. Oh ja, das hier riecht schon mal sehr, sehr gut. Und nachdem wir das jetzt verteilt haben, dass die ganze Butter dann quasi von den Butterkeksen aufgesogen ist, werden wir das dann quasi einfach hier so rein kippen. Ganz unkompliziert rein kippen. Und dann verteilen wir das hier unten so als Boden. Und in der Zwischenzeit habe ich auch schon den Ofen vorgeheizt auf 180 Grad. Und da werden wir das jetzt so circa 6-7 Minuten drin backen. Bis das dann einfach schon mal ein bisschen vorgebacken ist. Dann nehmen wir das wieder raus. Und dann kühlen wir das ab im Kühlschrank nochmal für 15 Minuten. Und in der Zeit machen wir dann quasi unsere Füllung. Aber bevor das dann alles passiert, Zack, in den Ofen. Was ist das denn? Ein Brot? Was kommt das denn hier? Zack, in den Ofen. Und fertig. Naja, also der Boden fasst so gut wie. Wisst ihr, was ich meine? Ja, was ihr gerade gesehen habt, das war gerade total spontan. Das kommt davon, wenn man einfach so den Backofen anmacht und einfach nicht reinguckt. Ja, und dann liegt halt noch ein Brot drin. Naja, das ist jetzt auf jeden Fall schön warm. Das ist jetzt zweimal gebacken. Aber sei es drum, wir sind quasi mit unserem Boden fertig. Und werden den dann ganz fix rausnehmen. Zack, also der ist nicht durchgebacken oder so, sondern einfach nur quasi angebacken. Und jetzt kommt der für 15 Minuten circa in den Kühlschrank. Dass der halt schön auskühlt. Ja, jetzt habt ihr auch mal unsere Kühlschrank von innen gesehen. Und jetzt machen wir dann erstmal die Füllung. Ja, für unsere Füllung ist das jetzt eigentlich auch super simpel. Wir nehmen uns quasi alle Zutaten und werden die hier reinpacken. Das heißt, hier der Quark. Dann halt gleich der andere Quark. Zucker, Mascarpone, alles so drum und dran. Alles hier rein, das brauche ich ja jetzt nicht zu filmen. Wenn das Ding voll ist, sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir jetzt alles in unserer Schüssel drinne. Natürlich haben wir die Eier noch aufgeschlagen. Haben wir natürlich nicht ganz reingepackt. Jetzt gehen wir dann erstmal zu unserer Küchenmaschine. und werden das dann erstmal irgendwie für 2-3 Minuten richtig schön durchrühren lassen, bis sich das dann alles richtig schön, bis das dann eine richtig schöne homogene Masse ist. Am besten nicht mit maximaler Geschwindigkeit, sonst kann das schnell passieren, dass dann alles in der Küche rumfliegt. Das kann man natürlich nicht gut machen. So, unser Bohnen ist jetzt auch ausgekühlt. Unsere Masse ist jetzt auch fertig und jetzt werden wir die hier schön verstreichen. Upsala! Aber sie ist schon jetzt schon mega fluffig. Das ist schon ganz geil. So, natürlich müssen wir ja alle Reste hier rauskratzen, weil wir wollen ja hier überhaupt jetzt nichts verschwinden. Und ja, also, ich erzähle schon mal nochmal ein bisschen was. Den Ofen habe ich jetzt auf 160 Grad eingeregelt und wir werden den jetzt gleich dann in den Ofen packen bei 160 Grad, ja genau, das hatte ich schon. Für circa 30 bis 40 Minuten. Da muss man dann halt einfach mal gucken. Am besten, man nimmt dann einen Zahnstocher und schaut, wie die Konsistenz ist. Also es wird hier immer so sein, dass in der Mitte, dass das so ein bisschen flüssig ist. Dass das dann so ein kleines bisschen aussieht wie Wackelpudding. Das heißt, mit der Zahnstocherprobe ist dann eher zu gucken, ob es halt nicht vielleicht zu flüssig sein sollte. Und danach kommt das dann auf jeden Fall nochmal in den Kühlschrank, damit es wieder fest wird. Das ist das nicht der einzige Nachteil bei New York Cheesecake. Man kann halt nicht so wie beim Käsekuchen, weil beim Käsekuchen kannst du immer noch mal was für einen Käsekuchen man macht, also beim deutschen Käsekuchen, einfach mal so warm essen. Das geht hier leider nicht, weil also nach meiner Meinung muss der halt komplett auskühlen. Aber jetzt erstmal 30 Minuten oder 40 Minuten in den Backofen, danach rausnehmen, abkühlen lassen und dann ist er fertig. Ja, jetzt ist schon ein Tag vorbei, denn wir haben ihn jetzt erstmal über Nacht in den Kühlschrank ein bisschen abkühlen lassen. Denn bei normalen Käsekuchen finde ich extrem geil, den warm zu essen, aber bei dem muss man wirklich darauf achten, dass er komplett abgekühlt ist. Wir hatten den dann gestern so ca. 35-40 Minuten im Backofen, da muss man halt echt drauf achten, dass da oben keine Fahrer kriegt. Ich meine, wenn man das mag, macht das ruhig, aber normaler New York Cheesecake muss halt relativ blass sein. Und da haben wir den auch. Hier unser schöner, weißer Kuchen. Ich hoffe, die Kamera kann das überhaupt aufnehmen, so weiß wie der ist. Und was man auf jeden Fall dabei bedenken muss, wenn man den rausnimmt, denkt man eigentlich, ne, der ist noch nie fertig, niemals, weil der in der Mitte wirkt ja irgendwie noch so, als wenn da ein bisschen Wackelpudding oder so drin ist. Aber das muss wirklich so sein, denn dadurch wird er nämlich so richtig, 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 richtig cremig. Und dann einfach in den Kühlschrank stellen, der wird dann schon kalt. So, und jetzt werde ich erst mal versuchen, mal ein schönes Stück für euch abzuschneiden und dann probiere ich das dann gleich mal. Ja, nun ist es ja wieder soweit. Jetzt muss ich wieder mich für euch opfern und mal wieder Kalorien nehme ich hinein, wo man, das mache ich ja gerne. Und ja, dann werden wir gleich mal hier ein schönes Stück probieren. Und ja, der ist natürlich richtig schön, richtig schön locker, flockig auf euch. Der zergeht einfach nur auf der Zunge. Also man muss den nicht kauen, man kann einfach mit der Zunge den zerdrücken und der zergeht einfach. Das ist einfach richtig, richtig mega geil. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ihr habt diesmal ohne Mehl und ohne Hefe die Rezepte beziehungsweise nicht die Rezepte, sondern die Zutaten kriegt ihr auch auf jeden Fall im Supermarkt. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst es unten auf jeden Fall gefällt mir da und ein Abo de Moor und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao!